Mit 370 Watt am Berg aufgefahren, nur noch glitten, denkst du, was tust du denn? Wieso hast du an den Scheißträger angefangen? Nach dem Rennen. Leck, war das cool. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Tag. Hallo und herzlich willkommen bei Bründl bewegt. Deinem Podcast mit außergewöhnlichen Menschen, spannenden Geschichten und vielen Magic Moments rund um die Themen Sport, und Vitalität und Achtsamkeit. In unserer ersten Podcast-Reihe Weiterblicken sprechen wir mit sechs Persönlichkeiten, die in ihrer sportlichen oder unternehmerischen Karriere nie den Weitblick verloren haben. Mein Name ist Stefan Steinacher, euer Moderator. Heute begrüßen wir zu unserem Podcast von Bründl bewegt, denjenigen Interviewpartner, der vom Herrgott eine Pumpe, und zwar eine Mega-Pumpe, geschenkt bekommen hat. Toni Balzer ist zu Gast bei uns. Toni, servus. Servus, Stefan. Toni, wie geht es dir? Draußen schneit es momentan. Du hast die etwas ruhigere Phase heute schon Keks gegessen. Nein, noch nicht. Mein Freundin ist gerade dabei, dass er die Blatzerl backt. Meiner Meinung nach ein bisschen zu spart angefangen. Muss ich ausnutzen, wenn ich daheim bin, dass ich auch die schöne Weihnachtszeit und das Feeling einfach vollgas mitnehme. Kekse steht aber schon teilweise bei dir auch am Speiseplan? Ja, also wenn ich ehrlich bin, wenn die am Tisch stehen, dann habe ich ganz oft schwache Momente. Klar, das Körpergewicht ist bei mir oder generell in meinem Sport schon extrem wichtig, aber im Endeffekt sind wir alles bloß Menschen und man muss sich, glaube ich, auch ab und zu mal was Gutes tun. Toni, du bist Weltklasse-Ski-Bergsteiger gewesen, seit zwei Jahren jetzt Radfahrer, hast seinerzeit 15 Weltcup-Rennen gewonnen, diverse WM-Medaillen beim Gesamt-Weltcup ganz vorne dabei gewesen, unzählige Strecken-Rekorde aufgestellt. Aber weil du jetzt eh das Gewicht angesprochen hast, stimmt das 4-5% Fettanteil bei dir? Ja, wenn ich in Form bin, mit Sicherheit. Also wenn ich wirklich in Top-Form bin, dann habe ich auf 1,78 so um die 60 Kilo. Dann wird das mit dem Körperfettanteil schon hinkommen. Im Endeffekt sage ich ja, weil so Zahlen sind wie ein Bikini. Sie zahlen viel, aber halt einfach nicht alles. Ich glaube, sie dürfen sich auch nicht darauf aufhängen. Das Körpergefühl muss passen. Im Endeffekt muss man einfach schnell Radfahren oder schnell laufen. Ich stelle mir dir jetzt gerade im Bikini vor. Mit Sicherheit scharf. Sehr, sehr, sehr scharf. Was zeigt der Bikini von dir? Was zeigt er körpermäßig? Im Endeffekt, glaube ich, braucht man auf die Ergebnisse schauen. Die letzten Jahre war ich doch, glaube ich, ein erfolgreicher Sportler. So wie im Winter beim Skibergsteigen, aber auch im Sommer beim Laufen. Ja, jetzt ist so eine riesengroße Umbruchstimmung bei mir mit einer kompletten Sportart. Das ist ein langer Prozess. Man muss aber, glaube ich, auch dem Prozess vertrauen. Und ja, dann werden wir, glaube ich, in der nächsten Zukunft hoffentlich die Ergebnisse sehen. Das Vertrauen hast du vom Ralf Denk, vom Team Bohrer jetzt wiederbekommen. Neuer Vertrag, der unterschrieben worden ist. War das für dich eigentlich überraschend, dass dieser Vertrag zum Unterschreiben wieder bereitgelegen ist? Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich schon geschwitzt. Klar, ich habe am Anfang zwei Jahre unterschrieben und die zwei Jahre sind wirklich wie im, also ruckzuck sind die vorbei geworden. Und auf einmal war ich in der Situation und habe mir Gedanken gemacht, hey, was ist eigentlich nach 2022? War das gut genug, was ich gemacht habe? Habe relativ, sage ich jetzt mal, wenig Feedback bekommen. Klar, von den sportlichen Leuten, ja, da bist du gut gefahren, da bist du vielleicht nicht so gut gefahren. Aber mit dem Ralf habe ich komischerweise nie wirklich über das geredet gehabt. Ich wollte mich eigentlich auch immer auf das Jetzt und Hier so ein bisschen konzentrieren, aufs Rennen fahren. Aber dann, wie das Angebot vom Ralf gekommen ist, war natürlich, ja, ist eine riesen Last vor der Schulter gefallen. Das hat mir immer leicht im Hintergrund, da geht es ja um die Existenz, um die Zukunft, um die sportliche Zukunft. Und ich sehe halt meine sportliche Zukunft ganz klar im Radsport, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht und weil ich auch glaube, dass ich noch eine gute Zukunft vor mir habe. Und im Endeffekt ist man aber bloß ein kleines Teil von einem großen Team. Und der Ralf ist der Chef und der Ralf entscheidet, wer Teil von dem Team sein darf. Und glücklicherweise hat er sich wieder für mich entschieden. Aber extrem stark, dass du da jetzt auch ehrlicherweise sagst, du hast geschwitzt. Also, dass das Wissen, das Vertrauen schon in dich da war. Aber natürlich ist man auch abhängig von einer anderen Entscheidung. Du hast jetzt gesagt, ein großes Team und man ist nur was Kleines in diesem Team. Ich war heuer bei euch dabei im Ötztal bei eurer Präsentation und war selber überrascht. Über 100 Mann und Frau stark ist dieses Bora-Hansgrohe Team mit Mitarbeitern, mit Mechanikern, mit Sportlern, mit sportlichen Leitern. Das ist eine richtig große Firma. Ja, das ist ein Riesenteil. Wenn ich ehrlich bin, war mir das am Anfang auch nicht bewusst, wie ich Teil von dem Team geworden bin. Klar, Radsport hat mich immer fasziniert, aber wirklich so den Hintergrund von den einzelnen World-Tour-Teams. Es gibt ja 18 Stück weltweit. Bora-Hansgrohe ist eins davon, das einzigste deutsche Team in der World-Tour. Und ja, wie ich dann da so ein bisschen reingekommen bin, wo ich dann am ersten Team-Trainingslager war. Damals war das am Garensee. ist mir das erst bewusst geworden, was das für dicke Nummer ist und wie viele Leute eigentlich verantwortlich sind, dass das ganze Ding funktioniert. Und ja, das ist richtig cool zu sehen, wie viel Know-how und wie viel Leidenschaft da jeder gibt, dass das Team funktioniert und im Endeffekt erfolgreich ist. Was mir da auch imponiert hat, du gehst in einen großen Speisesöl rein, wie im Hotel Bergland, glaube ich, was in Sölden. Und dann sind eben diese vielen, vielen Menschen, die einem gelingen, auch von eurer Leistung einen extrem wichtigen Teil, glaube ich, auch mitverantwortlich sind. Spürt man diesen Druck auch selber später manchmal, dass man sagt, okay, ich muss schon performen, weil von mir hängt natürlich auch der eine oder vielleicht auch andere Arbeitsplatz ab? Absolut. Also bevor ich Radsportler geworden bin, war ich Einzelsportler. Im Endeffekt war ich, ich darf mich jetzt nicht falsch verstehen, aber schon in einer gewissen Weise ein Egoist. Ich bin zu Rennen gefahren, dass ich erfolgreich bin, dass ich Platzierungen mache. Und mit dem Sprung zum Radsport bin ich zu 100% ein Teamplayer geworden. Und das ist zum einen, dass die 7 Leute, die was bei dem Rennen fahren oder bei einer Grand Tour 8 Leute, 6 Leute zuständig sind, dass eine erfolgreich ist. Aber im Endeffekt siegt dann doch wieder das ganze Team und neben den Fahrern stecken dann nochmal 15 Leute ungefähr oder 20 Leute pro Rennen, Mechaniker, Koch, Physiotherapeuten, Masseure mit an Bord. Die, was natürlich auch wirtschaftlich gesehen profitieren, wenn wir schnell Radl fahren. Und deswegen hat man da schon einen extra Ansporn, dass man wirklich 100% bei jedem Rennen gibt, dass man wirklich das Maximale rausholt, dass man maximal gut vorbereitet zu den Rennen fährt. Das ist ganz was Spezielles und im Endeffekt kann man es auch ein bisschen vergleichen, wie im Fußball, würde ich sagen. Im Fußballteam sind auch elf Mann auf einem Feld. Und zum Beispiel wie der Torwart oder der Abwehrspieler, die werden nie ein Tor schießen wahrscheinlich. Vielleicht einmal per Zufall. Aber im Endeffekt sind die Personen genauso wichtig wie der Stürmer, der, was im Endeffekt das Siegertor erzielt. Und im Radsport kann man sich das genauso vorstellen. Aber jetzt warst du gerade als Skibergsteiger jemand, der bis zum Ende einer Veranstaltung vor Ort war. Und zwar deshalb, weil du warst meistens der Schnellste, aber du hast dann warten müssen auf die Siegerehrung oder warten dürfen. Du hast Interviews geben dürfen beim Radsport. Bist du eben jetzt momentan zumindest in dieser Rolle des Domestikens? Wie gehst du selber mit dieser Rolle um? Vor allem mit dem Wissen, okay, du unterstützt jetzt Jay Hindley, Emo Buchmann oder wie sie eben alle heißen, die dann die Kapitäne bei euch im Team sind. Was hat das für Veränderungen auch mit sich und für dich gebracht? Ich würde mal sagen, ich würde das einmal zwiespalten. Zum einen sehe ich die Situation, wie es jetzt ist, dass ich einfach wieder ein Lehrbuch bin und das bin ich. Da ich positiv sehe, weil ich mich einfach zu 100% auf mich konzentrieren kann. Die Leute, glaube ich, schauen weniger auf mich, wie es vielleicht davor war. Klar heißt es ja, der Bolzer Toni fährt jetzt in einem World Tour Team, aber im Endeffekt fahre ich keine Erfolge momentan ein. Ich bin zu 100% in der Helferrolle aktiv, kann mich deswegen auch wirklich zu 100% auf mich konzentrieren. Auf mein Training, auf das gute Rennen fahren. Auch danach kann ich mich so gut wie möglich regenerieren, kann mich wieder für den nächsten Renntag vorbereiten. Auf der anderen Seite ist es aber auch extrem speziell für mich, weil ich bin jetzt seit mittlerweile zehn Jahren Profisportler und acht Jahre davon bin ich, wie ich es vorher schon gesagt habe… Sieger, du warst Sieger, Gewinner. Auf eigene Kappe, genau zu Rennen gefahren. Ich bin nicht zum Rennen gefahren, dass ich dabei bin oder dass ich hoffe, dass einer von der Nationalmannschaft gewinnt. Ich bin zu dem Rennen gefahren, dass ich heimkomme mit einer Medaille oder mit einem Weltcup-Titel oder mit einer WM-Medaille. Das ist von einem auf einen anderen Moment weggefallen. Das ist keine leichte Situation für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber im Endeffekt ist das gleichzeitig meine Motivation, dass ich einfach extrem hart an dem Traum Radsport und erfolgreicher Radsportler dran arbeite. Ich glaube, ein Mensch braucht Ziele und die Ziele habe ich aber einfach, dass ich sage, okay, ich mag wieder erfolgreich sein. Ich mag irgendwann wieder als erstes über die Ziellinie fahren. Das heißt, du willst nicht in die Geschichte eingehen als Hinterradlutscher? Ich glaube, das ist sogar ein Spruch von dir, oder? Ja, ja. Winschattenlutscher. Hinterradlutscher, oder? Winschattenhinterradlutscher. Irgendwie so, ja. Nein, klar, ich bin Vollblutsportler. Ich gebe mich mit der Situation nicht zufrieden, dass ich sage, okay, ich bin Teil vom Teambeurer Hans Grohe, habe noch einen eigenen Helm auf. Das ist alles wahnsinnig cool und bin auch wahnsinnig stolz darauf, wie die Situation so ist. Aber dafür bin ich viel zu viel Sportler. Ich mache Sport, klar zu meinen, weil es meine Passion ist und meine Leidenschaft, aber ich mache vor allem auch Sport, dass ich erfolgreich bin, dass ich mir selber zeigen kann, dass ich etwas drauf habe. Und ja, im Endeffekt, ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich auf meine alten Erfolge mal zurückblicke. Aber gerade nach meiner Dokumentation, wo ich bei der Weltmeisterschaft meine letzte WM-Medaille kriege, da habe ich echt blöd am Wasser gehört. Das war so speziell für mich, weil ich gedacht habe, ich bin ein bisschen wehmütig geworden, weil ich mir gedacht habe, hoffentlich kommt der Erfolg wieder, hoffentlich habe ich irgendwann einmal wieder das Gefühl, hey, ich habe etwas erreicht und ich habe etwas Großes bewegt für mich. Auf der Welt gesehen ist das allgemein im Sport, würde ich sagen. Aber für mich deckt das halt schon einen großen Teil von meinem Leben ab. Und ja, aber wie gesagt, ich nehme das mit als meine Motivation, dass ich so viel wie möglich investiere in das Ganze, dass ich früher oder später wieder zu dem Erfolg knüpfen kann. Wobei, Toni, du bist extrem erfolgreich, du hast es ja eh selber erwähnt, es gibt nur 18 Mannschaften, die die ganz großen Touren wie Tour de France, Vuelta, Giro d'Italia fahren können, die Profimannschaften. Du bist einer von diesen wenigen Privilegierten, weil du eben unglaublich hart trainierst für den Erfolg, für die Teilnahme. Was heißt bei dir hart trainiert es momentan in dieser Übergangszeit? Gestern haben wir ganz kurz telefoniert. Da hast du gesagt, bitte ruf mich entweder vor neun an oder nach 16 Uhr, sprich dazwischen. Wurde ich da trainiert? Hab gar nicht gefragt gestern. Ja, ich bin viereinhalb Stunden am Rad geguckt. Bei nicht so warmen Temperaturen? Nein, Gott sei Dank was drucken. Es hat nicht geregnet, aber klar, vier, fünf Grad ist jetzt momentan. Die Übergangsphase ist nicht so leicht. Das muss ich aber jetzt auch zugeben. Das sind jetzt auch die letzten Wochen, zwei, drei Wochen, wo ich daheim bin. Dann werde ich mich in Süden verabschieden. Das heißt über Weihnachten? Bist du gar nicht da? Schon über Weihnachten. Also vor Weihnachten bin ich schon mal 14 Tage auf Mallorca. Dann über Weihnachten, logisch, daheim. Ich bin ein riesiger Familienmensch. Das würde ich mir nie entgehen lassen. Und dann am 1. Januar fliege ich dann wieder drei Wochen auf Gran Canaria. Und dann geht es ja auch schon wieder mit dem Renner fahren los. 300 Tage im Jahr unterwegs. Wie lebt sie sich aus dem Koffer oder lebt sie sich eh gar nicht so aus dem Koffer, weil du immer überall andockst, mehrere Wochen? Schon, schon. Also ich tue auch meinen Koffer nicht ausräumen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe allgemein einen Koffer fix geparkt mit meinen ganzen Radl, Klamotten, mit einer zweiten Garnitur, Casualware. Und im Endeffekt tue ich aber gerade meine Unterhosen austauschen, wenn ich daheim bin. Einen Schwung Unterhosen mitnehmen. Klar, wenn wir mit dem Team unterwegs sind, haben wir natürlich Waschmaschinen in die Trucks drinnen und so. Von dem her ist das relativ unkompliziert. Ja, ist schon speziell. Aber im Endeffekt, glaube ich, wie ich jetzt in der Situation bin, ich habe noch keine eigene Familie. Klar, ich habe eine Langzeitfreundin. Ich glaube, ich muss mir das mitnehmen, so gut wie es geht. Und ja, mir ist auch vollkommen bewusst, dass ich das nicht mein Leben lang machen werde. Dafür bin ich zu viel Familienmensch und dafür bin ich auch zu sehr heimatverbunden. Jetzt gerade ist alles voll in Ordnung und ich genieße die Zeit wirklich zu 100 Prozent. Aber es ist schon speziell. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel die Hochzeit von meinem Bruder verpasst. War nicht leicht. Gott sei Dank ist mein Bruder so eine coole Sau und hat gesagt, Alter, das ist deine Arbeit. Spinnst, wärst du dann nicht heimgekommen. Ich bin dabei in Portugal Radlrennen gefahren. Ja, das muss man in Kauf nehmen für den Raum, würde ich sagen. Du hast deine Freundin erwähnt jetzt auch. Die Sonja kommt ja selber aus einer sportlichen Familie. Papa hat viele Jahre lang den Triathlon-Verein auch geführt in Kitzbühel, hat da den Weltcup organisiert. Der Opa war da schon an vorderster Stelle. Die hat mit Kate Ellen große Erfolge gefeiert. Also die Sonja war selber auch eine Sportlerin, ist in die Schule gegangen, in eine Sportschule. Sprich, sie kennt dich natürlich auch nur so. Trotzdem, wie lernt man eine Sonja kennen, wenn man 300 Tage im Jahr unterwegs ist? Ganz klassisch übers Internet. Tinder? Nein, 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 nein. Nein, ich war echt noch nie auf Tinder. Ich habe mir egal, ich habe einen Fake-Account gemacht mit einem anderen Gesicht. Von einem Teamkollegen, das war ja ziemlich lustig. Keine Erfolge, oder? Wer war der Teamkollege? Wer war denn das? Ich glaube, der Rob muss ein Seppi. Den haben wir, glaube ich, mal ins Gesicht genommen, haben wir einen Tinder-Account gemacht. Irgendwo in Frankreich war echt lustig. Nein. Kennen gelernt 2017, damals war ich für fünf Wochen auf einem Bundeswehrlehrgang, war damals noch Sportsoldat bei der Sportführergruppe von der Deutschen Bundeswehr. Und ja, da hat man natürlich wahnsinnig viel Zeit neben der Schule, klar, das Training. Und dann liegt man allein auf seiner Stube und tut irgendwie die Zeit abhucken. Und ja, was tut man dann auch für Handysuchteln, eh klar. Und irgendwann sucht man ein Vieh zu durchscrollen und auf einmal kommt man ja wirklich so die schönste Lächeln, glaube ich, entgegen, was ich jemals gesehen habe. Und dann habe ich zwei Tage überlegt, was tue ich jetzt, was tue ich jetzt. Dann waren damals zwei Radl-Profis auch auf Lehrgang. Und ich weiß noch, Lululis hat der Typ geheißen, war, glaube ich, Bahndraut-Europameister. Hat dann so gesagt, Alter, derer muss schreiben. Wenn es dir gefallen muss, ich muss derer schreiben. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zangenommen, habe ich ihr geschrieben. Was hast du geschrieben damals? Was waren so die ersten Wörter? Ich habe es, glaube ich, auf eine Story geantwortet. Oh, wie schön ist es denn da? Und sie hat dann Gott sei Dank gleich zurückgeschrieben und dann war es relativ einfach. Und dann habe ich mich vorgestellt und sie hat mich aber schon gekannt. Und ja, und dann bin ich auf einen Feuertag gegangen, oder? Sag ich, schrei mir nicht lang, Freitag komme ich heim, wie schaut es aus, tun wir am Samstag was. Und dann haben wir unser erstes Date am Pillersee gehabt. Das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich wandern war oder spazieren gehe. Wir haben um den Pillersee umgegangen, ewig weit. Aber wahnsinnig schön. Das heißt, diesen ersten Sprint, wo du attackiert hast, hast du dann gleich gewonnen. Von da war dann auch klar, irgendwann werde ich Radfahrer. Da hat es, ja genau, da hat es keine Chance gehabt. Und dann habe ich mir nicht, jetzt wäre ich ein Uralprofi. Das war 2017, also seid ihr inzwischen fünf Jahre? Genau, jetzt kommen wir, oder haben wir jetzt im sechsten Jahr dann. Ja, aber wie geht es Sie? Sie hat dich kennengelernt als eben Skitourengeher. Jetzt bist du Radfahrer. Wenn ich mir schon teilweise denke, diese Stürze vom Evenepool vor zwei Jahren, da war das letztes Jahr, brutal. Wie geht es Ihnen mit dieser Situation um? Wie geht deine Familie um? Du hast ein ganz enges Verhältnis mit Papa, Mama. Es ist natürlich eine völlig andere Sportart, wo du nicht immer selber der Entscheidungsträger bist, Stürze ja oder Stürze nein. Ja, es ist schon sehr speziell, würde ich sagen. Also jetzt so bei der Sonja, ja, ich glaube auch vor allem durch das, dass sie halt so eine Überleistungssportlerin war und vor allem, weil sie weiß, was mir das bedeutet, den Traum zum Leben, unterstützt sie mich einfach zu 100 Prozent. Versteht einfach die Tatsache, dass ich 300 Tage im Jahr unterwegs bin. Und glaube, ich habe aber einfach das Vertrauen in mir, dass ich schon auf mich aufpasse. Ich bin kein Kamikaze-Radlfahrer. Was mir, glaube ich, echt vom Vorteil ist oder war mit dem Wechsel zum Radsport, ist einfach die Tatsache, dass ich einfach schon ein relativ guter Skifahrer bin. Und Skifahren und Radfahren ist schon einfach mit der Geschwindigkeit schon ziemlich gleich. Und man hat einfach das Auge für gewisse Situationen, wenn es brenzlig werden kann oder nicht. Klar, Radsport, wie du schon gesagt hast, da ist man ganz oft einfach selber gar nicht schuld und ja, einem steht es auf. Und die Konsequenz im Radsport ist natürlich schon ein bisschen härter wie beim Skifahren, weil es dich halt meistens in den Teer reinhaut. Wenn es gut läuft, irgendwo ins Feld raus. Das heißt, beim Skifahren weniger, weil es doch, oder vor allem beim Skibergsteigen doch oft einmal weich landst. Aber jetzt habe ich ungefähr 120 Profi-Rennen absolviert in den letzten zwei Jahren und habe, glaube ich, drei Stürze gehabt. Also von dem her echt überschaubar. Ja, hoffentlich bleibt es auch so. Ich glaube, ich gleich aus Holz. Hoffentlich bleibt es auch so. Aber bei meinen Eltern war die Situation, es schaut schon ein bisschen anders aus. Durch das, dass einfach meine Eltern zu 100 Prozent Bergsportler sind und die nie etwas mit dem Radsport am Hut gehabt haben, verstehe ich, glaube ich, auch teilweise Situationen nicht wirklich, wie etwas zustande kommt. Und es war am Anfang auch ehrlich gesagt gar nicht so leicht, wie ich ihnen erklärt habe, dass ich Profi-Radlfahrer werden mag. Dass ich da ein Angebot gekriegt habe von eines von den weltweit besten Teams und was das für eine Riesenchance ist. Das haben sie, glaube ich, echt nicht verstanden, warum ich das mache. Weil es mir ja so gut gegangen ist. Ich war erfolgreicher Skibergsteiger. Ich habe Supersponsoren gehabt. Ich habe einen Sportführerplatz gehabt. Skibergsteigen war auf dem Sprung zur Olympia. Mittlerweile ist es olympisch. Das haben sie nicht verstanden. Mittlerweile verstehen sie es, was für mich bedeutet. Aber der Anfang war schon halblich. Wobei, da gibt es in irgendeiner Geschichte einen Satz, wo, glaube ich, sogar dein Vater gesagt hat, Toni, du musst jetzt etwas verändern. Das war diese Zeit, wo du so unfassbar viel Skibergsteiger trainiert hast, teilweise 5.000 Höhenmeter an einem Vormittag abgespielt hast. Aber das kann und das war auch dann für den Körper, Toni Balzer, irgendwann zu viel. Ja, definitiv. Ich bin ein wahnsinnig extremer Mensch in jeder Lebenssituation. Egal, ob es im Sport ist, beim Essen ist. Ich lebe einfach extrem. Und so habe ich früher auch immer mein Training extrem gemacht. Ich war immer mit der Oberkante unterwegs. Das Motto war immer, viel bringt viel und mehr bringt mehr. Und umso härter, umso besser. Und das ist auch wahnsinnig lang gut gegangen. Und ich glaube auch, dass ich von dem extrem profitiert habe. Ich bin einfach ein Sportler, der was mit Umfang und einfach mit 4 Stunden stärker wird. Da, wo andere wahrscheinlich schon längst das weiße Handtuch geschmissen hätten, da bin dann ich erst richtig gut geworden. Das ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt gegangen, bis es mich halt dann gestreut hat. Da hat es mich zum Einen gestreut, weil ich einfach immer öfters krank geworden bin, weil es mir einfach gesundheitlich nicht mehr gut gegangen ist. Aber weil ich halt einfach vom Kopf komplett durch war. Wenn du drei Wochen allein in Chiavinia auf 2200 Meter in so einem kleinen Apartment lebst und jeden Tag 4.000, 5.000 Höhenmeter runterreist bei 15 Grad Minus, das geht schon an die Substanz. Und da fängt man auch zum Überlegen an. Oder wenn ich zurückdenke, jetzt können wir ja quasi aufs Gittsteinhorn schauen. Ich habe da wochenlang um und trainiere. Ich war einmal auf Saisonvorbereitung sechs Wochen am Gittsteinhorn um und im Bundessportzentrum. Und das sind schon echt einsame Nächte und lange, lange Trainingstag. Und da habe ich dann eigentlich so gemerkt, dass ich schon einmal eine Veränderung brauche. Und der Drang nach Veränderung ist dann eigentlich wirklich so 2018 gekommen. Weil ich einfach gesundheitlich angeschlagen war, weil es nicht so gering ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich war schon erfolgreich, ich habe auch in dem Jahr eine Weltcup-Siege gehabt. Aber ich war nicht so befriedigt, wie ich es mir gewünscht habe. Und im Endeffekt wollte ich aber nicht meine Komfortzone verlassen, weil mir bewusst war, dass es mir gut geht. Und ich wollte auch das nicht mit Füß treten, weil ich ein schlechtes Gewissen gegenüber meinen Sponsoren gehabt habe. Und vor allem habe ich auch ein schlechtes Gewissen gegenüber anderen Sportlern gehabt, die, die den Traum vom Spitzensport leben, aber der, was sich einfach nicht in Erfüllung geht. Und ich habe den Traum damals schon, weiß ich nicht, fünf Jahre gelebt und war nicht zufrieden. Und da habe ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen geschäumt dafür, für die Situation. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann noch drei Jahre durchgezogen habe. Und dann war es aber dann komplett aus. Aber ist das vielleicht sogar ein Weitblick-Moment, dass, wenn man einfach merkt, okay, man hat vieles erreicht und man steht jetzt an, dass man halt dann doch irgendwann die Leine ziehen muss und die Komfortzone verlassen sollte, um eben was Neues zu probieren, um eine neue Aufgabe zu bekommen. Auch wenn du brutal riskiert hast, oder? Du hast ja diese Förderstelle beim Bundesheer, sprich, du hattest eine Fixanstellung. Und vom einen auf den anderen Tag war das alles weg. Genau so ist, ja. Ich habe wahnsinnig viel aufgegeben. Ich habe meine Sponsoren, einen Großteil von meinen Sponsoren, sagen müssen, wir können die Partnerschaften nicht weiterführen. Ja, ich habe meine Fixanstellung bei der Bundeswehr verloren, was ja auch eine sehr viel Nummer gewesen war mit Olympia. Aber im Endeffekt ist das alles nicht dafür gestanden, für den Wechsel in ein besseres Leben wieder für mich. Und die Sonja war mit Sicherheit auch ein Grund, weil sie hat mich angeschaut und hat gesagt, Toni, du bist doch nicht mehr glücklich. Und im Endeffekt, am Anfang der ersten zwei, drei Jahre, habe ich mich einfach selber angelogen. Und wenn ich es jetzt ändern würde, hätte ich den Wechsel auch schon viel früher gemacht. Auch mit unabhängig jetzt davon, dass ich 21. Nummer Vize-Weltmeister geworden bin. Aber ich war einfach gleichgültig und ich war einfach nicht mehr happy. Und ich glaube einfach, wenn man langfristig glücklich sein muss, muss man ab und zu mal einfach wirklich in sauren Äpfeln beißen, mal was riskieren, mutig sein und dass man dann im Endeffekt wieder langfristig glücklich ist. Bist du bei einer Graduhr, 21 Tage am Sattel, hinterfragt man dann doch manchmal seine eigene Entscheidung und denkt sich, das gibt es ja nicht. Jetzt ein Fahrrad mit 50 kmh bei 40 Grad durch Spanien muss dem einen oder anderen die Wasserflaschen nachdragen. Es ist hart ohne Ende. Irgendwo hast du mal gesagt, du hast einen Quadratmeter Haut verloren bei einem Sturz. Der liegt im Benidorm. Nie hinterfragt die Situation oder die Entscheidung? Jeden Tag. Jeden Tag. Man zweifelt extrem oft. Aber im Endeffekt, ich glaube, um das geht es ja auf einen Weitblick. Der sollte ja weitgerichtet sein und nicht gerade die jetzige Situation darstellen. Und ich glaube im Leben, und da rede ich jetzt nicht bloß von Sportlern, auch von Menschen, die ganz normal im Beruf tätig sind oder auch familiär irgendwas ist. Da sind immer wieder Phasen dabei, wo es nie läuft und wo man unglücklich ist oder wo man sich denkt, was ist denn jetzt schon wieder los? Aber wenn man langfristig denkt, sollte sich im Endeffekt die Linie leicht bergauf sein. Und dann, glaube ich, kann man so kleine Einkerbungen ganz locker vergessen und drüber schauen und im Endeffekt drüber lachen. Und so wie bei mir jetzt mit dem Radsport der Wechsel, ich bin ja komplett ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich bin ja noch nie einen Radlrenner davor gefahren. Klar, Kitzbühlerhorn, Bergrenner oder Glocknerklinik fahren. Aber das ist ja kein, das sollte nicht abwertend sein. Das ist kein Radlrenner mit 160 vollwahnsinnige, mit 80 auf den Kreisverkehr reinfahren und jeder mag als erstes in den Kreisverkehr reinkommen. Und im Endeffekt war halt dann irgendwann der Zeitpunkt da, okay Doni, du fährst jetzt Radlrenner. Das war letztes Jahr eine Tour auf die Alps. Ich glaube, 17. April hat es angefangen in Brixen. Und ich glaube wirklich, am ersten Tag, vor meinem ersten Radlrenner, habe ich mir schon gedacht, leck, was hast du denn da für einen Scheißdreck angefangen? Wie soll denn das funktionieren? Und nach dem Rennen habe ich mir gedacht, alter, das war eigentlich richtig cool und das hat mir eigentlich richtig Spaß gemacht, am nächsten Tag wieder. Und mit, weiß ich nicht, mit 370 Watt am Berg aufgefahren, nur noch glitten. Denkst du, was tust du denn? Wieso hast du an den Scheißdreck angefangen? Nach dem Rennen, leck, war das cool. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Tag. Und so ist das halt auch so. Aber du hast es wirklich geschafft. Ich kann mich erinnern, diese Tour auf die Alps, selber vor dem Fernseher gesessen, geschaut, wegen dir, wie viele andere von meinen Kollegen auch. Und an was ich mich auch noch erinnern kann, der Domi Rohrecker hat mir irgendwann einmal erzählt, bei Giro d'Italia oder was eh vielleicht, wo älter, hat er gesagt, ich kann die Hubschrauber nicht mehr hören. Den ganzen Tag über unsere Köpfe, neben der Vollkonzentration, fährt mir eh keiner rechts oder links oder vorne oder hinten rein. Auch noch die Hubschrauber. Wie war diese Situation? War ja auch völlig neu für dich. Nein, es ist mega stressig. Zum einen, also in so einem Peloton wird wahnsinnig geschrien, wenn es stressig wird. Die einzelnen Teams schauen sich ja natürlich, jeder Team schaut, dass der Zug oder eher ein eigener Zug nach vorn kommt. Die schreien sich dann quasi gegenseitig an, weil die anderen auch schreien, dass man sich überhaupt versteht. Dann hat man die Zuschauer neben dem Straßenrand, dann fliegt der Hubschrauber noch über den Kopf drüber. Dann hat man nur einen Funk im Ohr, wo die sportlichen Leute Ansagen machen, was zum Tieren ist. Und wenn ich jetzt zurückdenke, glaube ich war bei meinen ersten Rennern eigentlich gar nicht körperlich so fertig, sondern eher kopffertig, mental. Ich bin oft nach dem Bett drinnen gelegen. Ich habe nie schlafen können, weil einfach hat sich alles nur noch dran. Das waren so viele Eindrücke innerhalb von kurzer Zeit, dass man halt einfach voll am Limit ist. Aber da gewöhnt man sich dann auch dran. Und dann genießt man es auch irgendwie so ein bisschen. Gerade so mit den Zuschauern, wenn die dich voll anschreien, so bei so den richtigen harten Bergetappen, wo du wirklich nur noch Leute hast. Und du fährst da mittendrin einen Puls 200, einen Anschlag, wo es geht. Und das ist dann schon ein cooles Gefühl. Du hast Hashtags, glaube ich, erfunden. Also Goschenpolieren, das steht auf jedem Asphalt, hat man das Gefühl bei uns, wo Radrennen sind, aber auch Amateurrennen. Also du hast schon für Gesprächsstoff auch außerhalb der Community schon gesorgt. Ja, Madi setzt zum Beispiel mit dem Goschenpolieren, das ist mit meinem guten Freund Lukas Pöstlberger entstanden. Der Pösti hat das damals in Innsbruck bei der Weltmeisterschaft vor dem Teamzeitfahren gesagt. Ich bin da vor dem Fernseher geguckt, dann haben sie ein Interview auf OF, weiß ich nicht, OF1 oder OF Sport. Und dann hat er halt so gesagt, wir werden uns jetzt mal auf Guru Österreich eine Stunde lang die Goschen polieren. Ich habe das so gefeiert. Und dann waren wir im Trainingslager und dann haben wir uns warm gefahren, haben wir in der Walle gefahren und dann habe ich zum Bösten gesagt, Böste, jetzt polieren wir uns mal richtig die Goschen. Dann ist ihm das wieder eingefallen und seitdem machen wir das. Und das hat echt sehr hine Kreise genommen. Das taugt mir natürlich voll, weißt du schon. Und das Goschenpolieren ist ja 0,0 irgendwie auf Gewalt bezogen. Goschenpolieren ist einfach unsere Lebensweise, dass man alles investiert in die Sache, die was einem wichtig ist. Und das kann sich ja wirklich jeder Mensch irgendwie was abschneiden davon. Egal, ob das jetzt im Beruf ist, im Privatleben, auch wenn man Hobbysportler ist, dass man einfach für das lebt, was man gern tut. Und das würde eigentlich Goschenpolieren symbolisieren. Der Ralf Denk, dein Teamchef, der Chef von Bora-Hansgrohe vom Radteam, wurde natürlich mehrmals auf deine Person auch angesprochen. Kann der Toni ein Roglic, ein Bogucer werden, ein Jay Hindley, ein Winnegad? Du selber sagst von dir, du willst nicht irgendjemand werden. Du bist der Toni aus Berchtesgaden. Genau. Ich mag die Geschichte vom kleinen Toni aus der kleinen Ramsauer erzählen und nie vom Anton Palzer, der was irgendein Nachahmer ist von einem Roglic oder Michael Woods. Es gibt ja einige Quereinsteiger. Der Unterschied ist, glaube ich, bei mir jetzt zum Beispiel, wie jetzt zum Primoz Roglic, dass der Primoz ja quasi mit 13, 14 oder weiß nicht, wie alt er war, schon zum Radsport gewechselt ist. Und bei mir war es einfach, ich habe ja meine komplette Schimokarriere hinter mir gebracht, war erfolgreich und habe mit 28 wenn es dann den Wechsel gemacht hat. Und außerdem sind das außergewöhnliche Sportler mit außergewöhnlichen Voraussetzungen. Und das weiß ich auch gar nicht, ob ich die Voraussetzungen habe. Und deswegen mag ich mich da mit keinem vergleichen. Ich mag einfach meine Geschichte verzeihen, dass man mit Mut, mit Fleiß und mit Ehrgeiz ganz, ganz viel erreichen kann, egal was für einen Hintergrund, das man hat. Wobei die Pumpen, das, wie wir beim Einstieg angesprochen haben, die ist schon herausragend. Warum ist sie herausragend? Da gibt es Tests. Das ist eine Ramsauer-Pumpen. Eine Ramsauer-Pumpen? Ja, ja. Nein, klar. Geölt. Genau, ja. Nein, klar kann man, wie ich vorhin gesagt habe, mit den Zahlen, dass die wie ein Bikini sind. Ich habe eine wahnsinnige KUV-A2-Max auf die Ski gehabt und beim Laufen gehabt. Da haben wir schon von 92, 93 V2-Max gesprochen. Da werden die Sportwissenschaftler dann schon hellhörig bei sichern in Werten. Im Endeffekt geht es aber darum, dass ich meine Power aufs Radl bringe. Das ist die Kunst an der ganzen Sache, dass es beim Skibergsteigen und beim Laufen geklappt hat. Das weiß ich auch, weil ich das mein Leben lang gemacht habe und dass da Erfolg da war. Aber beim Radlfahren ist das die interessante Sache, dass ich wirklich die Power aufs Radl bringe. Da bin ich ja ja, rein von der Muskulatur oder allein schon die Tatsache, dass ich jahrelang meine Leistung im Winter abgerufen habe und jetzt soll ich meine Leistung im Frühjahr, im Sommer und im Spadherbst abgerufen, wo ich sonst eigentlich in der Aufbauphase war für den Winter. Der ganze Organismus muss sich umstellen und das braucht eine gewisse Zeit und dann, glaube ich, kann man schauen, ob wirklich die massive Pumpe auf dem Radl da ist. Aber es ist echt unglaublich, dein Leben, oder? Früher bist du immer Richtung Winter unterwegs gewesen, wahrscheinlich sogar im Sommer, wie du es schon angesprochen hast, aufs Kitsch der Haare oder auf die Gletscher und jetzt musst du immer im Winter eigentlich in den Süden wechseln, um zu trainieren. Merkt man das im Organismus? Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Mir geht auch ehrlich gesagt der Winter gar nicht ab. Aber du hast du dir persönlich bei kalten Temperaturen leichter beim Radfahren wie andere, wobei, wenn man 4% Körperfett hat, dann stelle ich mir jetzt vor, friert man schon schnell. Ich habe mir ehrlich gesagt, ich habe mir das auch schon Gedanken gemacht, weil meine besten Radlrenner bin ich bei schlechten Bedingungen gefahren, gerade Katalonien. Das war mit Abstand mein bestes Rennen, Sergio Higuita, unser Kolumbianer, hat das gewonnen. Da bin ich richtig, richtig gut Radlrenner gefahren und da war es echt richtig, richtig schlecht Wetter. 5 Grad in den Berg, Dauerregen, da weiß ich nicht. Das hat mir besser daugt, komischerweise, wie Tour de Suisse bei 40 Grad in der Lugano-Etappe. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich schon ein bisschen kälteresistenter bin wie die meisten Radlfahrer denke ich jetzt schon, weil einfach auch, ja, bei uns in Ramsau haben wir ja 5 Monate Winter, gell. Ihr seid auf 1000, über 1000 Meter, gell. Ja, jetzt mittlerweile lebe ich ja in Österreich, aber da bin ich ja aufgewachsen und war ja 27 Jahre da rum. Aber genau, aber ich genieße das voll. Letztes Jahr war ich Ende November, Anfang Dezember drei Wochen auf Gran Canaria, also ich habe einen ersten Advent habe ich auf Gran Canaria eine Lunge gefeiert und dann bin ich so da geguckt und dann habe ich Ruhe da gehabt und dann habe ich mir Kugel Eis gekauft, so ein weißes Hemmert habe ich auch gehabt, da waren so Ananassen waren da drauf und dann habe ich mir gedacht, heute ist ja der erste Advent, gell. Und dann, eigentlich taugt es mir voll. Kurzhosen, T-Shirt, schon. Es ist halt komplett anders da, gell. Es ist komplett anders da und wie gesagt, ich gehe auch mit der Einstellung ein, ich weiß ja gar nicht, wie lange das Abenteuer Radsport besteht, deswegen pfeife ich mir das voll ein und genieße einfach die Zeit, die kann es eh nicht ändern. Vertrag wurde, wie wir vorher schon erwähnt, aber ja gerade verlängert. Du schaust immer in deine Red Bull Kappe und da denke ich auf, wir hatten den letzten Podcast mit der Walli Höller oder einer der letzten Podcasts mit der Walli und die Walli hat gesagt, ihr Ziel war es immer schon irgendwann vielleicht einmal einen Red Bull Helm zu tragen. War das bei dir auch so ein Ziel oder überhaupt nicht? Schon, schon. Ich glaube, Red Bull ist die Marke im Austauschsport oder generell im Sport. Wem braucht man gerade irgendwelche, wenn man Vorbilder hat und das haben halt einfach wahnsinnig viele junge Leute, schaut man sich YouTube-Videos an und die meisten Guren haben halt irgendwie alle bei einem Red Bull Highway auf oder einem Red Bull Helm auf und das Marketing ist halt einfach extrem gut. Weil, warum ich das jetzt auch erwähne, da ist natürlich Didi Matischitz, der jetzt leider verstorben ist, was ein extremer Visionär war und der ja was Schönes weitervererbt hat. Aber auch bei euch von Bora, der Willi, den durfte ich einmal kennenlernen und ich hätte nie geglaubt, dass das der Chef ist und der hat ja auch interessante Geschichte. Der war unter Anführungszeichen grundnormaler Schreiner, Tischler und hat jetzt diesen Weltkonzern aufgebaut und wenn der neben dir steht, hast du nie das Gefühl, dass der irgendwie mehr oder was Besseres ist wie der, was neben ihm steht? Nein, gar nicht, gar nicht. Die Personen, die du jetzt gerade genannt hast, die sind unglaubliche Visionäre. Egal, ob das jetzt Ralf Denk ist, der was 105 Leute oder 110 Leute in Arbeit gibt, die was jedes Monat einen Geld kriegen oder Willi Bruggbauer, der was Weltmarktführer mit dem System geworden ist oder Dietrich Matterschitz, der was, glaube ich, der Grund ist, warum so viele Sportler den Sprung im Profisport geschafft haben. Im Endeffekt war ja Repul für mich auch der Grund, warum es zum Profisport geschafft hat. Dafür bin ich auch extrem dankbar und deswegen bin ich auch stolz darauf, dass ich das Kapperl oder den Heim tragen darf, weil ich auch den Ursprung vergessen habe, weil mir vollkommen bewusst ist, ohne dem hätte ich wahrscheinlich im Sport nicht oder hätte nicht den Weg gemacht, wie ich ihn gemacht habe. Da kann man, glaube ich, vor sich an den Menschen gerade an Hurt ziehen und vor allem, wenn man die anschauen kann und per Duo ist und ein Netzgespräch führen kann, ist das gerade so wie mit dem Bruggbauer, Willi. Jetzt Jahr haben wir bei ihm in der Firma eingeladen, wenn wir unser Teamcamp haben, für das gemeinsame Essen auf die Nacht und es ist so ein sympathischer Mensch und auch wenn du mit die Angestellten redest, die, was bei einem arbeiten, die haben, ich glaube, das Arbeitsklima bei ihm, das ist so angenehm und jeder ist einfach, glaube ich, wahnsinnig gern bei dieser Firma und ich glaube, auch unsere Fahrer oder zumindest geht es mir so, ich bin auch wirklich stolz darauf, dass bei uns Börer auch draufsteht, weil ich den Chef kann und weil ich weiß, was der investiert, dass es das Team gibt. Das heißt, das ist nicht irgendwer und das ist nicht irgendein Sponsor, das wäre jetzt, bei euch gibt es zum Beispiel auch einen großen Sponsor Emirates oder so, hat wahrscheinlich ganz einen anderen Hintergrund, ganz ein anderes Herzblut, oder? Ja, absolut, der Willi, vor allem, für mich ist er natürlich schon immer spezieller, der Willi ist ja ein waschechter Bayer, oder? Der wohnt 40 Minuten mit dem Auto von mir entfernt. Irgendwie aber auch Österreicher Niedendorf, oder? Ja, das glaube ich, da muss ich aufpassen, das darf der mich sagen. Nur weil ein Teil von der Firma in Österreich ist. Das stimmt, das stimmt. Nein, und von dem her, ist es natürlich für mich voll cool, mit dem Willi, da kann ich normal reden, der versteht mich so, und ja, ist einfach mega nett, und mir taugt es voll, und ja, macht Spaß mit den Leuten zusammen zu arbeiten. Donny, was ich jetzt gar nicht weiß, weil du eben so reflektiert fällt immer wieder bei den Podcasts momentan, aber weil du so reflektiert auch redest und antwortest, was warst du vor deiner Sportkarriere, was warst du für Schule, schulische Ausbildung, beziehungsweise hast du eine Lehre gemacht? Ich habe eine Lehre gemacht, genau, ja, ich bin zehn Jahre auf die Schule gegangen, habe die Realschule gemacht, fürs Abitur und für die Matura hat es nicht gelangt, einfach ein Bergbauern und habe dann eine Ausbildung zum Werkzeugmacher gemacht, genau, mit meinen Eltern war das extrem wichtig, ich war ja damals mit 16 eigentlich schon ein recht erfolgreicher Sportler, aber klar, das ist Juniorbereich und das ist, ja, da braucht man sich nichts vormachen, da weiß man dann, glaube ich, noch nicht, in was für Richtung das geht und deswegen war es meinen Eltern einfach wichtig, dass ich eine Ausbildung mache, mir war es auch wichtig. Ja, genau, deshalb bist du halt ja der, der du bist, oder? Weil Melanie Hofbauer auch vom Team Bora, da gab es halt ein Telefonat, wo ich gefragt habe, was ist jetzt der Toni für ein Typ für dich und dann hat sie zum Beispiel gesagt, der Toni, Punkt 1, weiß genau, was er will, aber ist auch für uns, was die Partner betrifft, eine absolut super Aktie, weil er einfach auch weiß, wie wichtig Partner für einen Profibetrieb sind und vielleicht hast du ja das auch deshalb in dir drin, weil du von klein gewachsen bist, also sprich vom Lehrling, der zwar selber jetzt, wie du sagst, wieder ein Lehrbuch ist, aber der natürlich auch weiß, wie hart man sich das Geld verdient. Ich glaube, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist im Sport oder generell, dass man, sobald was selbstverständlich wird, ist, glaube ich, schon gespart. Man muss, glaube ich, man muss extrem dankbar sein, man darf auch nie seine Wurzeln vergessen und ich bin halt damals auch 40 Stunden in der Woche in der Werkstatt gestanden an der Fräs oder an der Drabang und habe Teile gefährt. Hast du das gerne gemacht eigentlich einmal? Eigentlich schon, ja. Mir hat das wirklich gefallen. Mir hat das, zum einen die Tatsache, dass ich kein Profisportler war, ich habe den Sport geliebt, das war, da war halt neben Arbeit und neben Sport hat es nichts gegeben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich wahnsinnig gespart einfach einmal eine Frau kennengelernt habe mit, keine Ahnung, um 20 oder so, weil es mein Kalender einfach bummvoll war. Ich habe halt vom Montag bis Freitag 40 Stunden gearbeitet und am Wochenende bin ich rennen gelaufen oder habe trainiert und nach der Arbeit unter der Woche habe ich auch trainiert. Also da war nicht mehr viel da. Andererseits habe ich mich aber auch nicht rechtfertigen müssen, wenn ich vielleicht einmal nicht gut war, weil ich gesagt habe, hey Männer, ich gehe ja ganz normal in die Arbeit. Und so ein Arbeitsleben, man glaubt, wenn ich immer wieder mit jungen Leuten rede und die möchten sofort nach der Schule im Profisporten, sage ich, hey, lernst du doch was oder schaut euch doch was anderes. Da ist ein junger Sportler so einfach zum Trainieren. Der braucht nicht 24 Stunden Freizeit, dass er am Sport noch geht. Der kann das locker neben einem Studium oder neben einer Ausbildung auch noch machen. Und wenn man dann 20 ist, glaube ich, weiß man auch schon mehr über sich selber und man, glaube ich, weiß auch selber, wo man eigentlich, wo man seit Zukunft so wirklich dann auch sieht. Und deswegen würde ich das immer wieder so machen. Es war, ich habe einen richtig coolen Betrieb gehabt mit richtig coolen Chefleuten, supernette Arbeitskollegen. Wir haben wahnsinnig viel Spaß gehabt und ja, und deswegen ist mir das auch, ist für mich einfach nichts selbstverständlich. Zum Beispiel mit meiner Partnerschaft mit Repul, das ist für mich selbstverständlich. Da ist ein Riesendank dafür da, dass die Partner seit mittlerweile acht Jahren für mich sind oder dass ich Teil vom Team Börer Hans Grohe bin. Das sehe ich auch nicht als selbstverständlich. Ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen. Ich investiere 110 Prozent ein, dass ich den das maximale Team zurückgeben kann. Was sehen wir auch wieder davon? Ich glaube, so funktionieren gute Partnerschaften und so funktionieren glaube ich auch langfristige Partnerschaften. Wir sind wieder mal schon fast am Ende des Podcasts angelangt. Viel haben wir erfahren. Unterhosen haben wir gesprochen, über Bikini haben wir gesprochen. Wir wissen, dass du erst seit oder mit 20 die erste Frau kennengelernt hast. Was ich noch nicht weiß und was mich schon noch interessiert, gibt es einen Weg zurück vielleicht in den Skibergsport, sprich Olympische Spiele 2026 Cortina oder eher 2024 eine Option Paris mit dem Rad? Also ganz klar 2024 mit dem Radl in Paris. Ich blicke wahnsinnig stolz und gerne auf meine Karriere. Karriere ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Nein, nicht. Das ist eine Karriere. Du hast 15 Weltcup-Siege. Ja, eh. Nein, aber wie gesagt, ich blicke da wahnsinnig gerne zurück und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber für mich ist das Kapitel wirklich Wettkampf Skibergsteigen geschlossen. Am Anfang habe ich schon das Gefühl gehabt, ach, wenn es nicht klappt, dann gehe ich zurück. Und jetzt mittlerweile sage ich nein. Das ist meine Passion. Das ist meine Zukunft. Und das nehme ich voll mit. Und ich weiß nicht, wie lange das geht. Aber solange es geht, mache ich es zu 100%. Und wenn es dann nicht mehr ist, dann mache ich mir Gedanken, was ich als nächstes mache. Du hast viele Menschen in deinem Leben bisher schon kennengelernt, eben aufgrund auch deiner verschiedensten Aktivitäten. Bist sehr, sehr authentisch. Wenn du jetzt Menschen so anschaust, die vielleicht irgendwas spielen oder irgendwas sein wollen, was sie nicht sind, was kannst du uns mitgeben aus deiner menschlichen Erfahrung? Du musst allgemein du selber sein. Egal, ob du der Chaot bist, ob du lustig bist, ob du vielleicht ein bisschen schüchtern bist, aber du darfst dich nie verstehen. Weil Friere oder Sparer kommt es auf und dann, glaube ich, enttäuscht wahnsinnig viele Menschen. Das habe ich mir allgemein zu Herzen genommen. Und ich habe mir allgemein zu Herzen genommen, dass ich nie meine Wurzeln vergieße, egal, wo es passiert. Ich bin der Kleine Doni aus der kleinen Ramsau. Das werde ich allgemein bleiben. Und egal, was kommt. Und so bin ich eigentlich allgemein gut gefahren. Ich habe mich nie verstanden. Bei manchen Menschen kommt es vielleicht nicht so gut an, die was sagen hätten. Hey Doni, was bist du für ein Kind zu kaufen? Jetzt wärst du 30 Jahre alt. Aber ich sage, so bin ich. Da werde ich schon irgendwas kompensieren damit. Aber ich verstehe mich mit Sicherheit für keinen. Du hast im März 2023 dann deinen 30. Geburtstag. Dirty, viertel. Dirty, viertel. Ja. Was soll in den nächsten 30 Jahren folgen? Vielleicht zwei, drei Sätze. Gar nicht zu lange ausholen. So spontan. Nein, ich mag allgemein glücklich sein. Ich mag immer einen Spaß dabei haben, was ich mache. und in 30 Jahren mag ich zurückblicken auf 60 Jahre Doni und sagen, hey, das war eine coole Zeit. Dann belassen wir es bei diesen letzten Sätzen. Doni sagt Danke. War super lässig, aber nichts anderes haben wir uns auch von dir irgendwie sogar erwartet. Das war ein super feines Gespräch. Mach's gut, bleib gesund. Danke, Stefan. Und feier deinen Dirty, viertel. Ja, Dirty, viertel. Dirty, viertel. In vier Monaten. Danke und wir freuen uns auf unseren nächsten Podcast und das wird eine Überraschung sein. Du möchtest noch mehr spannende Geschichten lesen? Dann haben wir jetzt das neue Bründelbuch Volume 6 für dich, wo dir unsere Mitarbeiter sowie außergewöhnliche Persönlichkeiten der Bereiche Sport, Körper und Geist spannende Geschichten erzählen und dir praktische Tipps geben, die du einfach im Alltag umsetzen kannst. Das Buch findest du als Online-Version auf unserer Website und ab sofort auch kostenlos in all unseren Shops. Bis bald! Auf Wiedersehen! 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 Vielen Dank.